Tja, und wer begleitet Erik Beinowalde ins Finale bei 60 Mitterhörten der Männer? Das erfahren wir nun im zweiten Vorlauf, mit dem man, der seine drei schnellsten Halbzeichen in Halle in Karlsruhe erzielt hat, hier auf der Wand 2 vom LNZ Leipzig, Alexander John. Dann sind wir auf der Bahn 3 mit dem Hallen-Weltmeister aus den USA, Omo Osage. Die Bahn 4, das ist der Weltjahres-Mestday, in diesem Jahr schon 7,54 Sekunden aus Frankreich, Dimitri Mascou. Die Bahn 5 für den Olympia-Vierten, der Spiele von Norden aus Großbritannien, Lawrence Clark. Der ungarische Eindrekordler startet auf der Bahn 6, 4. der EM im vergangenen Jahr, Palasz Baci. Und die Bahn 7 für den Schnellmann aus den USA, Ray Stewart. Lauf Nummer 2 über die 60 Meter Hütten der Männer. Der All-Weltmeister auf der 3, der Weltjahres-Bester auf der 4 und der Sieger von Düsseldorf am Donnerstag auf der Bahn 5. Das sind die drei Favoriten im zweiten Vorlauf, 60 Meter Hütten der Männer. Das sind die Düsseldorf am Donnerstag auf der Bahn 5. Das sind die Düsseldorf am Donnerstag. 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 Der 2. Ruf über die Arme. Er gewinnt die neue Weltjahresbestleistung im Vorlauf 7,53 Sekunden. Das ist die schnelle, die jetzt blaue Bahn von Karlsruhe. Der 2. Ruf über die Arme. Der 2. Ruf über die Arme.